... So, jetzt haben wir jetzt einmal schreien. Sollte Abend, dass wir abgehoben sind, dass die meisten schreien, oder soll es schreien? Ja, wir wollen auch 100.000 Jahre. Das ist ein Mal, dass der da schon die Wehre ist. Das ist so, dass wir da sind. 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 Nein! Lachen fertig. Nur vor. Was denn los passiert? Das ist gut. Vor. Vor. Feuer! Los! Reich, Norbert, hast gewonnen! Du hast dich so auf Regen gefreut. Was brauchst du? Wie? Nee, Jonas hat's doch so auf Regen gefreut. Jetzt will er nur zu wenig Glück. Norbert, du hast gewonnen! Das ist der harten Bremsenwasser. Das soll nichts reinmachen. Sollten wir eine Potsdamer. Der ist richtig. Der ist damit schon durch Schnee gefahren. Und so schön Wetter auch. Das war kein Problem. Der ist auch gar nicht schlecht. Der ist auch gar nicht schlecht. Der ist auch gar nicht schlecht. Der nächste halte dieses Jahr war er mit dem Sohn zusammen bei Diva. Einfach eins und zwei. Der ist auch keiner zu kommen. Am 10. Gangst du ein Letoreshåsknapawan und Är будете aufhören? Dieses Jahr. Zumindest gainig! Und das! đượcornieren! Den kannst du selbst einen Bremsen perduen? Ja, da guck mal. Ja, aber der geht ja bei uns. Der geht ja hier. Du hast jetzt auf der langen Wagen gefahren. Ja, für den hier unten. Vielleicht immer wieder draußen. Der sitzt ja im Spiel. Der unterliegt ja so. Ja, der kommt ja nicht. Das waren wohl hier bei Metro. So, das sind andere. Die drei Schrauben. Und den Motor sammeln. Ja, aber Frau Fahrer, da ist ja ein Traumherrrand. Der ist fest, man hat hier nichts. Das ist der Eckart und treibend. Ich würde sagen, dass das alles gut war. Die Nachricht verhalten sich hier und die Kabelverkaufsang. Da war es nicht, ja natürlich. Hier liegt ein Fahrer. Ich bin hier am anziehsten, um rauszugehen, an diesem Überreter. Das ist ein bisschen so. Ja, aber wenn du so langsam lasst, ist das nicht los. Ja, aber wenn du so langsam lasst, das ist ja auch, das ist ja auch nicht. Ja. Da muss man die eigenen, keine, lange machen. Hier muss man so abgeben, die sich in die Reis machen. Genau. Und wo das geht? Die müssen behalten, oder? Die müssen behalten, oder? Der wird da was besser, oder? Der wird besser, oder? Ja, du kennst das, was ich früher mit Eco-Moot-Motoren ... Das war ja auch so eine Pechschütze. Wasser mit ... Die Dose durch. ... in der Pohrmaschine eingespannt, Linie halten, untergetaucht und erst mal eine halbe Stunde laufen lassen. Was? Und dann ging er besser, oder? Ja, aber die geht ja hinterher. Ja, nicht lange. Ja, aber er ging für ihn. Der hat halt 7 Zellen. Du musst so aufpassen, dass er noch hochkommt. Er ging. Gut.